Unser Lebensmittelsystem ist verantwortlich für 70 Prozent des Verlusts an biologischer Vielfalt. Unsere Nahrung verursacht ein Drittel der globalen Treibhausgasemissionen. Unser Essen hat einen großen Einfluss auf unsere Gesundheit. Produzentinnen versuchen auf diese Probleme zu reagieren, jedoch gibt es viele Hürden, die sie vom Erfolg fernhalten. Lebensmittelhändler sehen sich einer Realität gegenüber, in der Regierungen CO2-Neutralität bis 2050 fordern und die EU die Einführung einer verpflichtenden Nachhaltigkeitskennzeichnung plant. Dabei wären mehr als sieben von zehn Menschen bereit, mehr für Produkte zu bezahlen, die Transparenz garantieren. Gleichzeitig sind über 80 Prozent der Arbeitnehmer der Meinung, dass ihr Arbeitgeber nicht genug für Nachhaltigkeit tut. Ökobilanzen oder LCAs sind sehr teuer und erfordern ein hohes Maß an Fachwissen, das schwer zu finden ist. Des Weiteren gibt es derzeit kein Instrument, das es Einzelhändlern ermöglicht, die Auswirkungen ihrer eigenen Produkte und der Produkte Dritter zu bewerten und zu optimieren. Schließlich gibt es die Ungewissheit der Einzelhändler, die nicht mit der Anzahl der länderspezifischen Richtlinien oder anderen Vorschriften von Institutionen Schritt halten können. Diesen Herausforderungen hat sich Inoco gestellt. Inoco Retail Solution ist die leistungsstärkste F&B-Nachhaltigkeitslösung. Unsere Plattform hilft Einzelhändlern und F&B-Marken, die Auswirkung all ihrer Lebensmittel genau zu bewerten, sodass sie den Impact verstehen, ihr Sortiment optimieren und dies dank unserer Produktketten klar kommunizieren können. Assess. Wir sammeln Daten direkt aus der gesamten Wertschöpfungskette und liefern eine solide interne Bewertung in Form einer Lifecycle-Analyse. Dafür verwenden wir unser Product Impact Assessment, kurz PIA, basierend auf Herstellerdaten. Als zweites führen wir Product Impact Estimation, PI, durch. Dieser stützt dich auf öffentlich erhältlichen Daten und benutzt für die Berechnung die Worst-Case-realistischen Daten. Wir errechnen durch diese Methoden den Impact von Produkten mithilfe von acht Dimensionen. Der zweite Schritt ist die Optimierung. Unsere Plattform hilft es, jedes einzelne Produkt auf der Ebene der Inhaltsstoffe zu optimieren, sodass sie mit dem Management ihres Impacts beginnen können. Wir zeigen, wo in der Wertschöpfungskette die Impact-Hotspots liegen und empfehlen nachhaltigere Alternativen. Kommunikation. Unsere Plattform bietet ein einfaches und klares Produktlabel mit ihrem PIA-Score, das sie an verschiedenen Kundenkontaktpunkten anzeigen und so neue Kunden anziehen können. Engage. Einzelhändler können aus unseren einzigartigen Engagement-Methoden wählen und direkt mit ihren Kunden in Kontakt treten. Unsere Engagement-Methoden sind eine natürliche Erweiterung unseres Produkts für die Folgenabschätzung und können leicht in die POS oder digitalen Plattformen der Einzelhändler integriert werden. Dank der Spiel- und Nudging-Funktionen können Einzelhändler ihren Kunden helfen, ihre persönlichen nachhaltigen Ziele zu erreichen und ihre Loyalität zu erhöhen. Unsere USPs. Skalierbarkeit. Inoco ist hochgradig skalierbar und ermöglicht es, die Auswirkungen von Nahrungsmitteln über das gesamte Sortiment hinweg zu berechnen, nicht nur für die White-Label-Marken. Wir sind mehr als nur ein CO2-Label. Wir analysieren acht Dimensionen. Biodiversität, Regionalität, Saisonalität, Verpackung, Tierwohl, Ernährung, Umwelt und soziale Fairness. Wir bieten detaillierte und qualitative Einblicke in die Auswirkungen des gesamten Product Life Circles. Die Datenbanken werden laufend an Änderungen der gesetzlichen Vorschriften angepasst. Unsere Engagement-Lösung ist einzigartig, nur wir bieten Einzelhändlern App-Funktionen an, wenn sie diese Lösungen in ihre App einbinden möchten. Schließlich setzen wir auf Transparenz und zeigen, wo die Emissions-Hotspots liegen und wie man darauf reagieren kann. Das Herz von Inoco ist jedoch folgendes. Unser Gründungsteam besteht aus sechs Mitgliedern. Wir haben alle jahrelange Erfahrung, egal ob in der Gründung marktführender Startups oder in Führungspositionen großer Unternehmen. Wir ergänzen und unterstützen einander und fördern eine Kultur von Fairness, Selbstverwirklichung und konstruktiven Feedbacks. Innerhalb von zwei Jahren haben wir ein Team von knapp 50 motivierten und zielstrebigen Leuten zusammengestellt und bereits ein gesichertes Funding in der Höhe von vier Millionen Euro erhalten. Unsere Vision ist es, das Wohlergehen unseres Planeten wiederherzustellen, indem wir die Umstellung auf nachhaltigere Konsum- und Produktionsmuster beschleunigen. Wir glauben fest daran, dass unsere täglichen Gewohnheiten die Welt verändern können. Wir haben noch zehn Jahre Zeit, um die weltweiten CO2-Emissionen zu halbieren. Also sollten wir jetzt damit beginnen, sie zu erfassen und zu reduzieren.